Wer ist jetzt eigentlich alles im Park? Also auf jeden Fall Vanessa und Sohn. Ah cool, sind die wahrscheinlich wieder bei unserem Stammplatz auf der Wiese? Ja klar, da vorne sind sie schon. Hi! Hi! Oh Jule, guck mal, da drüben sind auch die Jungs. Komm, lass uns doch lieber mal zu den Jungs gehen. Die haben auch immer ein bisschen Alkohol dabei. Das ist doch total asozial am Nachmittag schon Alkohol zu trinken. Geben wir die mit zu den Mädels, ich glaube die haben auch viel mehr Spaß. Komm, wir stoßen nur kurz auf deinen Geburtstag an. Und außerdem, das sind die Freunde vom Tobi, hallo. Aber die Mädels sind unsere Freundinnen und es macht viel mehr Spaß mit denen. Gehen wir zu den Mädchen. Kurz mit den Jungs anstoßen.